Und kein Land oder keine Sprache. Eines ist sicher, unsere Muttersprache ist unser wahres Vaterland. Ein Tag in einem Krieg ohne Ende. Auto hell. Untertitelung des ZDF, 2020 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 I love you. I love you. Ah! V has come to. 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 Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's-Play-Projekt, ja eigentlich ganz schöner Fortführung eines Let's-Play-Projekts, nämlich bei Metal Gear Solid V, diesmal, The Phantom Pain. Tja, denn Ground Zeroes haben wir ja schon gespielt, ihr hättet euch vielleicht, damals mussten wir Pass befreien und sind dabei eigentlich in einer Explosion ziemlich zu schade gekommen und anscheinend sind wir jetzt im Krankenhaus. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los mit Metal Gear Solid V, The Phantom Pain, eine Tactical Espionage Operation. Kannst'peich werden eben auch closingeln mit labs durcheinander und ohneic allowed. Akuizme. Prolog, erwachen. Akuizme. Kannst du mich hören? Habt ihr eine Schwierigkeit, zu sprechen? Kannst du deine Kopfhörer移ern? Nur schnitt, wenn du mich hören kannst. Gut, ok, ich kann ihn hören. Wie fühlst du jetzt? Kannst du jetzt sprechen? Was ist dein Name? Wann warst du geboren? Kannst du dich erinnern? Geben sich ihren Namen ein. Nur Buchstaben und einige diakritische Zeichen sind erfü- Ja, verfügbar, ok? Kannst du meinen Namen eingeben? Ok Monday, yay Ist das der Profilname oder was? Weil eigentlich müssen wir Ja, upsela Ich bin immer noch die Steuerfolge von der PlayStation 3 gewöhnt Eigentlich müssen wir uns ja Snake nennen, denn wir sind ja Snake Von dem her Snake Ah, wir wollen das Spiel mal nicht anlügen. So Ja, jetzt empfand etwas über mich, wa? Und los geht's 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 See You have been and a coma for quite some time Yes yes, I know You would like to know how long I am afraid it's been Nine years Dammit Nusokoma! Nusokoma! Nusokoma, Ners! Calm down. Calm down. Try not to panic. Ich sehme. Try not to panic. You'll be alright. And now. Just rest. How do you feel? It's been one week since you came too. Now, let's try getting you out of that bed. Ners. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy, and EMS. Now, I need to explain something. But you mustn't be alive. Nine years ago, you were injured. In an explosion. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. they are located near your heart and in your skull. Look at this. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. mental and physical impairments are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is on your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult, but please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. No, Sakoma. Grigor. Try to calm down. Calm down. Please. Calm down. It's gonna be okay. Yes, yes. Calm down. Yes. 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 Was ist das? 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 Das ist das. Es ist das. Aber du bist nicht. Die Wöse sind in Ruhm. Du bist in der Lage. Wir müssen deine Apparenz sofort verändern. Also, ich schaffe, du wirst du nicht das Haus aufhören. Was ist das? Es ist eine Wöse örtliche Wöse. Also, es gibt etwas, was wir erst zu beachten. Ich werde deine Apparenz ändern. Wir haben keine andere Wahl. Wie du siehst, aber... Soll ich meinen Avatar erstellen, oder was? Ich blase wie Snake. Komm, ich schackt. Ja, komm, wenn ihr mal... Ihr habt ein Armgesicht. Frisur. Äh... Gibt es hier so... Kurze A, oder was? Bei jedem Kopf? Sieht so aus, ne? Die haben irgendwie alle gleiche Haare. Ja, wir versuchen es mal gerade hier. Nö. Alles... die Gleichen. Äh... Wollen wir es mal neu ändern? So... Ja... So. Frisur. Brauchen wir eine Frisur? Ich glaube nicht. Auen. Ach, ha je. Dass ich mir hier einen Charakter erstellen muss. Damit hätte ich jetzt fast nicht gerechnet. Ja, hier kommt Standard. Gesichtsbehaarung. Das ist ein Strubbelbart. Da kommt halt mal ein Strubbelbart. Gesichtsbehaarung. Gesichtsbehaarung. Achso, die können wir auch noch anpassen, oder was? Ja, komm. So, die Haarfarbe kann tatsächlich bleiben. Das lassen wir auch mal. Augen. Augen vor dem Typ 2. Äh... So. Und mal die hier. Farbe des rechten Auges. Farbe des linken Abfunkeln. So, das ist irgendwie blindes Auge. Lass das mal. Hat der da ein paar Kratzer, ne? Äh... Die Nase kann fast schon... Äh... So bleiben. Die Wangen bleiben so. Mund bleibt so. Kiefer bleibt so. Hautfarbe. Da können wir vielleicht noch was ändern. Falkentyp. So, wir nehmen diese Falken hier. So. So. So, das lassen wir auch mal so. Merkmal. Ach du Heiliger. Hier gibt's ja jede Menge Zeugs. Ich bin der Maskenman. Verhalten wir so. Es war jetzt ziemlich... Äh... ...lau. Aber wir lassen's einfach mal so. Bleiben mal der Avatar. Ha. Wofür auch immer. Wahrscheinlich für den Multiplayer-Part oder so. We will see. Very good. Now, let's remove these bandages. Hm, your face has healed nicely. Hey. To tell you the truth. These bandages were more for your protection. To hide you from those who want you dead. As of today. Your name is Ahab. Forget everything. Your name. Your past. Äh, Doktor? Doktor! Hey! Doktor? Die Schwester ist tot. Die Schwester ist tot. und die Schwester ist tot. Die Schwester ist tot. Der Kronur! Elkpern ist nicht dagegen! Der schlimmste ein schlafen Fantastic intake! Deruter sagt uns vor die Schwester, Lass uns das. Wer's lecker bist du? Not yet. The patient in the next bed saw my face. Of course. Consider it done. Wenn du wüsstest, wär ich wer. Was ist die? Lass mich los! Das war Metal Gear Solid 5. Lass mich los! 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 Okay. Hier. Nichts wie ein kleiner Dygoxin, um dich zurück in den Spiel zu bringen. Komm schon! Okay, das erste Mal in der richtigen Sicht und können uns bewegen. Mehr als rechts. Die sind in Dickelia SBA Memorial Hospital auf Zypern. Noch nicht. Die waren neun Jahre im Koma, natürlich sind wir behäbig. Mit der Kamera geschockt man noch nicht so ganz. Aber gut, kommen wir schon irgendwie hin. Ja, ja, ich komm ja schon, ich schmeiß. Ja, ja, ich komm ja schon. Mehr oder weniger. Snake, streng nicht an! Alter Mann! Ja, ich komm ja schon nicht mehr, ey. Komm ja schon! Die beiden wollen doch nicht... ...noch keine Stärke darin. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Ja, was ist denn so pätzig oder was? Ja, macht der so ein Mathe an. Ah, komm! Komm! Noch ein bisschen Steak. Noch ein bisschen. Komm schon! Nein! Nein! Das wird nicht funktionieren. Wir müssen den Elevator nehmen. Okay, dann auf zum Aufzug. Treppen kommen, wir wollen kaum runter. Was haben wir eigentlich da um... ... die Drücken geschnallt? Ist das ein Holz auf dem Button oder ist das was von den Armen? Das könnte so mal werden, oder? Wer ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Wirklich? Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist keinmal aus Rekomentis. Wundert man oder was? Brauchst du, kaputt nicht, kippst du in den Kopf oder was? Leica! Geh weg! Der ist drucken! Oh, du löscht wohl und was? Okay, dann zieh raus hier. Geht's aber schnell! Das sind doch die Treppen. Unschuld Snake! Ach, Mann! Unschuld Snake! Was ist da gearmlos? Mit dem, der noch dran ist. Das weiß ich mal, vom Antil ist halt immer über jetzt ziemlich gut zu gehen. Komm, ich höre nicht mehr hin. Ach. Komm, wir schaffen das. Komm schon, beeil dich. Ja, du schaffst das. Immer einen Schritt vor die anderen. Komm schon. Komm schon. Lass uns das machen. Nächste Mal, mach es dir selbst. Es ist immer gut, zu versuchen, die Schmerzen zu schützen. Da. Die Stimme von Ishmael, irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Ich weiß nicht, woher, aber es ist so. Warum ein Verband nur über dem Gesicht? Wer bist du, Ishmael? Aber wir könnten uns noch ein andermal Gedanken machen. Immerhin müssen wir erstmal hier raus. Jetzt wollen wir schleunen. Ich helfe mir. Ich kann... fully peace! Geh weg! Geh weg! Okay, er ist weg. Okay, ich bin okay. Die arme Sau. Ich muss jetzt weg. Jetzt weg! Geh weg! Okay, ich bin okay! Wie bist du denn? Ich will nicht sterben. Warum die Lebit? Oh oh. Oh okay, er dreht sich wieder um. Gott sei Dank. Jetzt will ich sie weg hier. Ja, ja, ja. Ich komm ja schon nicht mehr. Ich komm ja schon. Nur die Ruhe. Nicht hetzen. Die kommen nicht zur Hilfe. Weg! Weg von dem Fenster. Weg von dem Fenster. Warum kommt ihr hier alle um? Wie sind die hier? Sind das die Leute vom Skull Face oder was? Ihr hört euch? Den haben wir ja im ersten Teil jetzt auch. Jochen. Äh, was? Deckung? Hä? Äh, wie? Deckung? Äh, wie? Deckung? Was machen wir uns an? Die können wir auch noch hier. Die Tipps. Tipps. Deckung. Wo auch immer das war. Deckung. Äh, Deckung. Achso, wir können schon fortsetzen. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Ich komm ja schon, mein Freund. Hä? Okay. Okay, wir gehen. Automatisch Deckung. Äh. Kommt einer. Oh Mann. Uaaa, ich komm ehr schon, ich komm ehr schon. Superblick. Oh. Hallo, mein Freund. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wo darf denn denn da blinken nix hin? Komm, beeil dich ich mal, ey. Ich komm ja schon, ich komm ja schon. Bin ich ins Hemd. Ja, 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 ja. Wir kommen ja schon. Wo ist ich bei ihr? Irgendwo in der Tür, oder was? Ach, rüber bitte durch. Was? Ich kann nicht sehen, was passiert. Was ist da? Ey, ist doch bestimmt in der Tür reingeladen, oder nicht? Das ist bestimmt ein anderer. Äh... Was? 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 Tja. Tja... Oh, das kann ich nicht mehr hier! Please, please! Oh, okay, nix wie weg hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, sie sind weg. Darf ich mich bewegen? Hallo? Die sind nicht hinter uns her, oder sind die hinter Ismael her? Diesen Weg. Okay, 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 okay. Oh, die Kamera. Alter. Ich muss auf jeden Fall bis zum nächsten Mal abschalten. Ja, aber nicht dein Schritt. Nee. Ich bin tot. Ich bin der Leiche. Ahem. So, später im Spiel funktioniert, ob ich einfach da zwischen Leichen liegt. Ähm. Schießt auf der Leiche? Hallo? Und wenn ihr jetzt auf alle Leichen schießt, dann haben wir ein Problem. Wat? Das macht ihr immer... Hallo? Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Ist doch ein Pinkel? Der ist nass. Alles Infusionsbeutel. Ich habe das Gefühl, die gehören nicht zusammen. Weil die gehören zusammen, besser gesagt. Das ist ein Babystone. Das ist ein Babystone. 40. Dämmchen! Es kommt! Fuß! 40. 40. 40. 42. 41. 43. Geh, Geh, Geh! Das war's. Das war's für heute. Wir haben jetzt schon zum zweiten Mal vorher diesen kleinen Männchen gesehen, der da so rumschwebt. Ich habe das Gefühl, dass die beiden gehören zusammen. Ich guck's erstmal hier raus hier. Unbedingt. Ja, ich komm ja schon. Keine Angst. Oh, wollten wir ja auch schon was, aber was? Der Fireman. Der Fireman hat keinen Feuer mehr, Mensch. Ah. Ja. Das Feuer sieht komisch aus, aber ich glaube nicht, dass wir da langen können, auch wenn es komisch aussieht. Komm mal, weil ich die auf kann. Ich kann's ja nicht. Was ist das mit der Blutspur da unten? Okay. Whoa. Na, endlich. Du gehst drücken, was ich nütze. Okay. Ich komm, ich komm. Äh... Wow. Ja, komm schon. Nee, ich hab schon beide einen gerust. Ich komme. Warte mal. Oh Mann. So langsam können wir aber endlich mal hier raus. Oh. Nein. Nein. Ich möchte keine Maschinenpistole haben. Vielen Dank. Ich kann sie nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr. Ich werde das Interferent. Welche Wecker ist das? Keine Angst, ich helfe dir. 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 Keine Angst. Keine Angst, ich helfe dir. 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 Das war's für heute. Oh, oh, oh. Okay, Merken auf keinen Fall anstufen. Wo ist der Haus? Die Tür auf. so wie ist denn hier wieder aus ist hier irgendwo in der Decke irgendwas was wir benutzen können hier 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 wo hat er ok da kann ich es mal räumen ja 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 Oh, oh, oh. Geh! Was ist der Make-up? Oh, wurde es lieb oder geht es nicht mehr oder was? Na gut, aber jetzt siehts wie Rausch hier! Au! Wow! Was ist der Make-up? 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 Das nenn ich mal der Bruchlandung. Das ist der Make-up. Da fahren von Silo Timbo. Natürlich lebt ich Mel noch. Oh, no. 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 Oh, no.